Oh, die will ich. Ja, danke. Aber... Du, langsam. Ja. Nur nichts Guten. Nur nichts Nachles. Das ist ja auch gut. Ja. An dieser Stelle möchte ich auch ganz kurz erzählen, was mir sehr, sehr wichtig ist. Es gibt zwei, drei Personen, bei denen ich mich, ich habe mich vorher schon hinten begann, würde ich mich auch begannen. Es gibt ein ganz, ganz wichtiger Mensch, der eigentlich für das, was heute Abend hier stattfindet, verantwortlich ist, der es irgendwie ins Leben gerufen hat. Das ist ein Mann aus Wendlingen, bei dem ich über die Jahre Konzerte gegeben habe und der immer ein wundervoller Veranstalter war, der auch kurz in der Vorjahrein da ist. Der hat ein bisschen Bauchweh, denn wir haben dann kurzfristig, als er dieses Konzert geplant hatte, in Wendlingen, haben wir gesagt, Frau Mensch, Wendlingen, ich glaube, das wäre doch vielleicht besser gemacht, als er in Ludwigsburg. Das war natürlich vielleicht ein bisschen euphorisch von uns, für ihn nicht ganz so euphorisch, aber trotzdem gilt mein aller, aller größter Dank und Respekt dieser Menschen, und ich glaube, das ist der Wolfgang Keller aus Wendlingen, bitte hier vorne sitzend mit seiner Frau. Vielen Dank, Wolfgang. Ich kann nicht sagen, dass es für uns bedeutet, dass es für mich nicht böse sein wird. Ich möchte mich auch bedanken bei Wirsen Beckhund, meiner Ex-Räundin, die das alles liebt, für diese Gespräche, die wir uns hier regieren, wo wir uns auch gar keine Leute geplant haben. Und heute Abend dürfen wir hier das erleben. Wir bedanken uns auch, dass ihr alle, alle, alle gekommen seid. Hier unten, hier oben. Und ich hoffe, wir haben viel, viel schöne Musik und schöne Erinnerungen für euch heute dabei. Und jetzt finden wir ein wundervoller Stück von einer Band. Ich weiß nicht, kennt jemand diese Gruppe? Genau, jetzt hab ich alt sein. Ah! Ein wundervoller Band, die heißt Steely Dan. Zeig das in ihr nennens, Steely Dan. Es gibt von denen ein wundervolles Lied, das heißt Rhythm in the Years. Und wir haben eine Version von einer wundervoller Band. Das ist eine Band, aus dem Ruder Saal, die heißt The Phantom Bloom Stand. Und die haben dieses Stück dann so lang geschnitten, dass sie hier schwingen. Akustisch, Rhythm in the Years. Here we go.